Ja, ihr erinnert euch ja sicherlich noch, dass ich in dem Zaloon hier dann halt eben diesen Typen getroffen habe, der uns die Revolverhelden alle aufgedrückt hat, die man fotografieren sollte, um sein Buch halt irgendwie fertig zu kriegen. Bäm. Wer? Der Gunslinger. Fastest left-handed draw that ever drew breath. Er hat 14 Menschen in einem Kampf in Lusie Hollow killed. Was hast du erwartet? Wie meinst du? Ich denke, jetzt, du ihn selbst zu töten. Ich will ihn nicht zu töten. Ich will ihn deifieren. Er ist ein Gott. Ich versuche seine Biografie zu schreiben. Wie geht das? Ich denke, ich mag die Duel. Entweder ich ihn zu töten und werde ich den Bultimor-Bultimor-Gun-Slinger sein, oder er würde mich zu töten, und ich kann mich frei sein, von ihm zu sprechen. Ja, du beginnst zu verstehen, was sehr wichtig ist. Was ist das? Die Gäste der Gunslinger. Es ist win-win, Freiheit oder Glück. Das ist großartig. Ich werde das beschreiben. Wenn ich kann. Sei mein Gast. Was ist dein Name? Ich habe kein Name. Aber du bist ein Gunslinger. Nicht wirklich. Ich meine, die Leute, die brauchen zu töten, ich versuche zu töten. All das andere Sachen, es ist, ja... Bunk. Aber du hast die Duellen. Once upon a time, ich habe. Und du bist nicht interessiert in fame? Ich glaube nicht. Es ist verrückt. Aber du möchtest fortune. Ich brauche Geld, natürlich. Okay. Entschuldigung, Herr, wenn ich ein bisschen schrecklich bin. Ich bin ein bisschen schrecklich. Dieses Buch, ich muss es machen. Und... da ist ein ganzes Lied. Die Soldaten. Die Soldaten. Alle letzten. Emmett Granger. Flacco Hernandez. Billy Midnight. Black Bell. Ich habe nie gehört. Vielleicht kannst du sie mit ihnen sprechen. Ask ihnen über Calloway. Obt ihr sie auf den Kalloway kommen. Obt ihr sie... Schreit sie. Ich kann nicht glauben, ich habe das gesagt. Aber... Ich will mich nachdenken, nachdem ich einen wunderschön, wunderschön, wie ihn, wenn er der größte ist. Und dann, wenn sie auf den Kopf schreit sie. Das klingt viel schlimmer. Das ist viel schlimmer. Wie viel sind Sie? Wie viel? A viel. Halten die Prozesse der Buch. Wenn Sie mir das machen. Ich werde mir das machen. Ich werde es sehen. Oh! Get Fotos. Okay. Und da sind die Bilder. Auf dem Seiten der Porträtten sollten Sie zu ihnen führen. Ich werde es sehen. Ich denke, wir werden hier auf eurem Rückgang stehen. Aber hier sind andere Flophouse. Krass. Okay. Jetzt haben wir natürlich jede Menge Fotos. So, wenn man sich jetzt in der Tasche die Fotos von denen anschaut. Die sind hier eben unter Fotos. Wo sind sie? Im Moment. Fotografien. Genau. Ansehe Fotos von Madame. Zum Beispiel. Kann man umdrehen und alles lesen. Können zurück in die Tasche. So, warte mal. Wir können dann halt eben, das war die Dame. Dann haben wir hier Billy Midnight. Auch ein ganz nicer Boy. So, mal eben umdrehen. Mal eben umdrehen. Wenn man sich die alle anschaut. ne? Falco Hernandez. Den gucken wir auch nochmal an. Das sind dann insgesamt vier Stück meine ich. So, da haben wir ihn hier. Ich blätter die einfach nochmal durch. Damit wir die auch mal ein bisschen reinzoomen können. Also das ist Madame. Den hatten wir gerade. Das ist Senor Hernandez. Ich war ja. So. Und dann haben wir noch ihn hier. Den guten Vogel. Sieht auch nicht so nice aus, ne? So. Wo sitzt der? Ja. Der Granger. Gut. Also. Die Typen. Wenn man die halt alle anwählt und anschaut. Dann kriegt man die hier auf der Karte angezeigt. Also zum Beispiel ist Kollege Hernandez sitzt hier oben. Dann haben wir glaube ich Mutti sitzt irgendwo. Wo war die jetzt noch? Das ist Black Bell. Genau. Die Dame. Dann haben wir ihn hier in Rhodes. In der Theorie zumindest. Jetzt sitzt das Postamt drüber. Na ja. Billy Midnight. Und. Ich glaube. Äh. Ist es das hier? Ne. Wo ist es? Ah. Hier. Da, ne? Das ist der Kollege Granger. Also. Wenn wir die alle finden wollen. Dann müssen wir die mal. Ähm. Ja. Ich gehe hier nochmal rein. Ob hier noch irgendwas ist. Müssen wir die auf jeden Fall finden. Ja. Ich habe keine Zeit. Also ich rate mal eben kurz nach Saint Denis. Ne. Da war sie doch, oder? Die erste auf der Liste. Lass mal kurz gucken. Ne. Nicht hier. Sondern hier. Ja. Markieren wir mal. Und dann melde ich mich wieder. Okay. So. Das soll also der letzte Aufenthaltsort von Blackbell sein. Mal gucken. Steigen wir doch einfach mal kurz ab. Und schauen uns das mal an. Mal gucken. Ganz. Ganz easy fahren. Durch die Haustür. Oh. Hallo. Haha. Na ja. Ja. Du Blackbell? Ich würde gerne mit dir sprechen, über deinen Wild West-Dage. Pfff. Ich bin nicht mehr für die Reminitionen. Hast du noch Freunde als Bounty Hunters? Niemand, die zu mir kommen. Dann kommst du da. 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 Die Bounty Hunters. Und zum Beispiel Konto. Ja. Wenn es nur ich gegen sie dann ist. Das wäre ein Liegen und nidroglycerin. Na ja. Dann lass uns die sagen, was ich machen muss. Du willst das die Wild West-Dage, nicht? Ja ich. okay. Reiniginiginig. Nun kommst du das bereit, Ich will den Sie schnell die Antwort auf diese Seite. Das ganze Pläule war. Blackbell. Ich hab hier ein kontraktieren. Für deine Leben oder deine Freiheit. Bis dann besser werden wir das Freiheit. Das ist nicht rechtfertig, Herr. Komm hier, lass mich mal sehen. Komm! Oh, komm! Stopp da! Jetzt! Katsching! Oh, ist das böse. Oh, ist das böse. Mhm, wo denn? Ah, ist noch einer da vorne. Katsching! Weg ist er. Oh, denn da hinten, okay. Weg! Oh, ich kann wieder wohnen. Eine andere Notch am besten. Oh, haha. Nicht schlecht. Ja. Du hast die Skalp-Hunterer auf deinem Bein. Für jetzt. Für jetzt. Also, du sagst mir über deine Wild West-Dage, mit dem Jim Boy Calloway. Der kleine Calloway? Ha, 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 ha. Der einzige Runde, was er gemacht hat, war weg von einer Krieg. Und das ist über das Ende. Ach so, der Mann ist wahrscheinlich ein bekanntes Guntzlinger. Ja, so sie sagen. Aber, äh, nicht auf das bekannt ist, was das ist wahr. Unsere Menschen, die das Leben leben, waren wir zu viel, zu Angst haben, zu Angst zu sprechen, zu sprechen, zu sprechen, zu schreiben, oder zu schreiben. Hier. Oh, was waren sie dann? Die Tage, die alle sprechen. Hm. Das gleiche wie jetzt, ich denke. Nur lange vor. Ha. All right. Ich brauche auch deine Bilder, wenn es keine Probleme ist. Nein, Herr. Keine Probleme überhaupt. Es kann nicht besser sein, als die grossen Bilder auf den Wounded-Postern. Ha, ha, ha. Great. Aber, du stehst da da, und... lass mich... das Ding vorbereiten. Uh, äh, ready? How do you want me? Like this? Client? Oh, nee. Was hast du denn noch? Da müssen wir ein bisschen rumgehen, ne? Ähm, Fokus, Sperre, nö. Aber, ich würde gerne mal reinzoomen. Bzzz. Mom. Ähm. Na komm. Okay. Ich habe es. Dann glaube ich, ich werde meinen Weg sein. Hier. Ha, ha, ha. Danke, Frau Bell. Du wirst alles gut sein? Oh, ich habe seit 20 Jahren rennt. Ich glaube, ich werde rennt, bis ich fallen. Just so wie es ist. Ja. Good luck. Ja, cool. Okay. Nices Foto. Okay. Black Bell haben wir abgeschlossen. Alles klar. Die anderen gucken wir dann jetzt mal weiter. So, es scheint so, dass Billy Midnight sich hier irgendwie in Roads aufhält. Na, also wir sind, ähm, Moment. Wir sind hier direkt in Roads. Und bin mal gespannt, weil entweder sitzt er im Postamt oder, oder irgendwo dazwischen. Hallo. Howdy. Okay. Ich will erstmal kurz Kopfgeld bezahlen. Alter, 50 Mäuse. Na gut. So. Dann eine Zugfahrtkarte will ich nicht. Den Hinweis können wir ruhig mal mitnehmen. Wie geht's, Alden? Gut. All right. This is a little different. Take the post and deliver it to my contact. He'll pay you well for it. It's a fragile cargo, so go easy. Okay. But the money makes me right. Oh, it is, Arthur. I promise, it's very right. Bye, bye. So, dann lassen wir mal gucken. Die Notiz gucken wir uns ein andermal an. Aber hier sitzt da einer von den Typen. Howdy. Fellers. Hello there. Okay. These two are in Disney. So soon? Alter. Okay, hier kann man ihn dann dazu befragen. Oh. Hello, you. What can I help you with? There's an old gunslinger I'm looking for. I heard he comes through here. Name of Midnight, Billy. Oh. That old soak? Yeah. He spends days on board these trains, but he's going nowhere but the gutter. I imagine you'll find him right in the next one through here. Oh. Try them both. Look in the barcar. All right. All right. All right. Warte, bis der Zug anhält. Ich hab zwar keine Fahrkarte, aber das sollte egal sein, oder? So, wie find ich den denn? So nicht. Das könnte er sein, oder? Was leider überhaupt gar nicht wieder aussieht. Sie ist es nicht. Sie auch nicht. Und das ist der Barwagen. Okay. Okay. Oh, der mit der Knarre ist es. Howdy. Mr. Midnight. Excuse me, I'm trying to drink. Mr. Midnight, listen. This won't take a moment. I just wanna talk with you. About your old days as a shootist. Pfff. Hey. I didn't shoot him into sleep. No one saying that. I didn't shoot him into sleep, and if I did, it was the only way. Not a problem. I'm here about Jim Boyd Calloway, and no one shot him yet. I knew you came for me. Get away from me. Mr. Midnight. Bleib doch mal stehen. Ah, Junge. Ah, der Zug ist endlich, mein Freund. I knew you came for me. It wasn't my fault. I knew. You don't know nothing, Mr. Midnight. I want to talk. Don't do something foolish. You come for me. Come on. Oh, nun ist er kaputt. Das war eigentlich nicht so gedacht. Es tut mir leid. Double Action Revolver. Hm. Ah, der ist jetzt richtig kaputt, ne? Das ist natürlich echt übel. Kaputt. Ah. Tut mir leid. Naja. So ist das halt normal. Ich wollte ihn nicht kaputt machen. Hat er selber. Gut. Dann gucken wir mal, wer der Nächste ist. Dann suchen wir da mal. So, letzter Aufenthaltsort von Granger sollte hier sein. Mal gucken, ob Eddie zu Hause ist. Da steht er schon, ne? Schweini? Kennen wir nicht. Ganz spezielles Schweinchen. Ja, warte mal ab. Wie sieht's aus? Howdy. So, können wir mit dir auch reden? Ja. Emmett, nicht Eddie. Okay. Ich brauche, dass du mir über Jimboy erzählst. Nur eine Quote für ein Buch. Ein Buch über Jimboy? Well, verdammt. Ich kann nicht mit dir reden. Schau mich an. Ein Knie tief in Hohg-Krapp. Es geht nicht um mich. Wir können reden, während du arbeiten kannst. Ich spreche nicht und schraubende. Außerdem, ein junger Mann wie du könnte es halb der Zeit machen. Ich weiß nicht über das. Ich glaube... Ja. Oh, ja. Scheiße. Okay. Oh, Mann, ey. So, wo muss das doch hin? In die Karre. Hmmm. Hm. So, dann haben wir das noch. Yummy. So, doch was? Einen haben wir noch. Mach mal Platz durch Schweinies. So. Oh. 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 Das ist Pooh. Ooooooh. Das war's. Das war's. Ich habe mich mit den FEDERALs. Das war's. Das ist dein letzte Mal. Herr Granger. Gib mir eine Art von der Bibel. Hey, hey, hey. You ain't no man of peace. No government witness. Calloway sagte du warst mit dem Piss, aber er hat mir nicht gesagt. Ich bin mit dir zu schrauben, Girli. Nur du nicht wert mein Zeit. Ich habe zu viel zu verlieren. Zu viel zu verlieren? Well, seeing as I cleaned up this pigsty, I figure I'm in my rights to wreck you. Let's see. You don't wanna do that? You walk away right now. Well, well. All I wanted was a quote. You don't know who you're trifling with. That's my stick! Ach, Leute. Ich sag's denen doch. Wenn die Scheiße explodiert, explodiert die Scheiße. So, wo wollen wir's anbringen? Hier vorne? Komm, mach mal Platz. Wir stehen hier schon knietief drin. Ah, hat er sich hier festgezickt. Na gut. So, da an der Seite vielleicht. Oder hier vorne. Ich weiß auch nicht. Kann man das irgendwie einfach mal anbringen? So, hier vielleicht. Nein, da. Bye, bye. Flatschi. Tja. Na ja. Tut mir natürlich sehr leid. So, wir brauchen die Kugel. So, wir brauchen die Kugel. Und ich werde es jetzt freuen. Na ja. Und ich werde es jetzt freuen. Tja. Das wird alles, was du tun. Na ja. Nu ist er kaputt. Tut mir natürlich sehr leid. So, wir brauchen die Kugel. Die Kamera. Mal wieder. Oh. Plündern kann ich ihn auch noch. Ah. Er hat eine nice Waffe gehabt. Oh. 55 Cent. Das ist nicht fair. Das ist wirklich nicht fair. Granges Revolver nehme ich natürlich gerne. Aber doch nicht gegen meinen wunderbaren Spezialrevolver. Oh nein. Nein. Okay. Das klären wir gleich nochmal. Warte mal. Granges Revolver brauchen wir natürlich schon. So. Jetzt brauchen wir aber mal eben kurz die Kamera. Ja. Wir machen aber ein Foto von hier. Ich meine. Tut mir irgendwie leid. Aber. Na gut. Ein bisschen rangehen. Und ranzoomen. Oh nein. Das ist echt nicht nett. Na gut. Emmett Granger haben wir jetzt leider kaputt gemacht. Der hatte nur. Warum zieht der auch? Wir hätten ja ganz easy peasy mit ihm reden können. Na ja gut. Gucken wir mal, wer der letzte ist. So. Hier soll also der letzte Aufenthaltsort von Flaco Fernandez sein. Mal gucken. Ob wir. Oh. Durchsuchen. Steigen wir mal ab. Ein bisschen kalt hier. Für die Klamotten die ich hier anhabe. Da steht er doch. Kollege, bist du das? Oh, das sind mehrere. Das sind jede Menge. Hey, wer ist das? Du bist in den falschen Campen, Stranger. Ich nenne keinen Fehler, okay? Ich möchte nur mit Hernandez sprechen. Wir wollen uns nicht hier besuchen. Kill this fool! Alter! Das hat ein bisschen Probleme. Oh, okay weg du Fogel! Alter! Müssen wir kurz hier irgendwo hin. Bisschen verschanzen. Ist noch der eine, ne? Läuft da hinten rum? Haut der ab oder was? Ne. Aber ich hol den lieber aufs offene Feld, weil ich sehe den hier in den Bäumen gar nicht. Da kommt er. Uh! Das war nicht gesund, ne? Begib dich zur Hütte, das ist okay. Okay. Ich wollte eigentlich nur sprechen. Oh, steck dir den Waffen weg, alles okay. Flup. Oh! Oh, dem geht's auch nicht gut, wa? Ich wollte nur sprechen. Mein Junge, Calloway. Ja, hier ist dein Zeug. Oh! Mann! Das war jetzt auch nicht so nett. Das war jetzt auch nicht so nett. Aber was hat er? So, wir machen ein Foto. Das war echt nicht so nett, ne? So, wir machen ein Foto. Das war echt nicht so nett, ne? Oh, ich will eigentlich mal einen Revolver, ne? Oh, entschuldige. Entschuldige, entschuldige, entschuldige. Wie war denn seine Pistole eigentlich? War die irgendwie viel, viel besser? Lass mal eben gucken. Was kann die denn so? Die ist mal gro'n Kack. Im Vergleich zu der. Ja, komm. Das wollen wir dann mal wirklich durchtauschen. Oh Mann! Nicht auf ihn rauftreten! Junge! So. Wir nehmen die wieder mit. Und ich glaube, wir müssen dann jetzt mal zu ihm wieder zurück, ne? Zu dem Kollegen nach, äh... Ach so, wir können natürlich hier noch das Lager angucken, aber das brauchen wir eigentlich nicht, ne? Ähm... Ja, ich geh mal zurück, Valentine, und guck mal, dass ich einen Typen treffe. Dass ich dem, äh, über die ganzen Typen hier erzähle, die ich dann nun abfotografiert habe. Und dann schauen wir mal. Okay? So, zurück in Valentine. Wollen wir mal in den kleinen Saloon gehen und mal gucken, ob er da abgammelt. Der Freund mit dem Buch. Einfach absteigen, einfach absteigen. Jut. So, gucken wir mal, was da ist. Oh. Wollen wir da mal hin, ne? Was haben wir eigentlich für'n scheiß Hut, Mann? Alter, ich brauch mal, hast du, hast du mal einen Hut für mich? Das geht ja mal wieder gar nicht. Irgendein Arthur's Hut, Seemannshut, Westernhut. Westernhut ist okay. Okay. Cool. So, ich werde nach Saint Denis reiten und mich von dort wieder melden, okay? Also. Tja, in Saint Denis angekommen. Hm, scheinen sie ja wohl irgendwie hier auf dem guten Glücksspieldampfer zu sein, oder? Gucken, kommen wir da einfach so rein. Oh, Mensch, warte doch mal. Ja. Okay, lässt er mich durch? Ja. Oh, mein Freund mit kein Namen. Du hast uns gefunden. Klar. Wie warst du? Wie warst du? Wie warst du? Welche gute Anikdote? Anikdote? Wie warst du? Wie warst du? Wie warst du? Wie warst du? Wie warst du ein bisschen anders. Ich habe viele Leute gefangen. Ich dachte, das ist das, was du willst. Na, ich würde... Ja, das wäre gut. Wie warst du, dass jemand jemanden erinnert, dass du? Erinnert? Ich glaube, dass die Leute, die ich schreitete. Ich meine, wie warst du, dass ich... ... wenn wir... ...sit er hat das gemacht? Der Mann Calloway. Ja, ich bin nicht interessiert. Wie lange ich... Ich habe das Geld? Natürlich, ich werde. Literatur ist ein schreckliches Geschäft. Aber manchmal, es betrifft gut. Especially, wenn du liefst. Great. Das ist ein verdammt fest. Was ist da los? Uh, nichts. Wer ist das Grasny? Uh, du weißt? Ich weiß. Ich weiß. Du bist mir. Ich bin jemanden, buddy. Ich bin jemanden! Ich kann keinen jemanden sein. Ich bin jemanden, du verdammt. Ich weiß, was du verdammt bist, aber glaub ich mir. Es ist nichts, was ich will sein. Also, du kannst mich nicht. Wie funktioniert. Wie funktioniert. Du verdammt bist! 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 Hey, ich bin schon verdammt. Oh, Gott. Aber ich kann nicht das Geld für das, was ich... Ich verdammt bin. Ich bin ein altes Mann. Das ist niemals zu Achilles, Gawain und Caesar. Das kann nicht zu mir passieren. Ich werde das beide töten. Calm down. Ich bin ein Legend! Ja, du bist. All right, all right. Let's prove it one more time. Ich muss mich nicht zu dir tun, niemanden. Natürlich nicht. Vielleicht musst du etwas tun tun... ... zu dir. ... zu dir. Ha, 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 ha. Du hast recht viel mit den Worten. Vielleicht sollten du mein Buch schreiben... ... und wir müssen Platon hier töten! Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Wer werden wir töten? Du töten, ich meine. Ah, verdammt. Ich schlade meine Träger seit Jahren. Ich bin ein altes Mann. Oh, nein. Du verdammt bist, und du verdammt bist. Du bist ein Schuss. Ich hatte immer Slim Grant, oder? Er hat meine cousin. Aber das war Jahre alt. Wo ist Slim Grant? Wer ist Slim Grant? Das ist er. An olden Freund von Mr. Calloway's. Er ist kein Freund von mir. Er ist State Marshal, aus Annisburg. State Marshal? Make die Cousin-Killers State Marshal, do they? All right, ich gehe ihn. Great. We'll wait for you at Brandywine Drop. All right, just sober up and start practicing. Otherwise, this won't be a book. It'll be a memorial. Whatever you say. You know what? I kind of like that fella. Okidoki. Dann müssen wir dahin, ne? So, wo ist denn mein Pferdchen? Irgendwie die Richtung? Nö. Irgendwie mal hier runter. Ah, komm. Nicht so weit laufen. Hier runter laufen, oder? Genau. Fertig. So, dann lass uns gucken. Das soll ja relativ nah sein. Müssen wir eigentlich durchsenden die durch. Und dann rauf, ne? Fertig, komm. Ist irgendwo im Norden wahrscheinlich, ne? So, da nicht. So, da nicht. Sondern da. Würde mal sagen, das Ding hier, ne? Ja. Nun gut. Gut. Ich reite da hin und melde mich dann gleich da. Okay. Also, wie versprochen, in... Wie heißt hier? N... Irgendwas. Ansburg angekommen. Dann lass uns mal kurz gucken, dass wir da drüben mal nachfragen. Was denn wo Sache ist. Der soll jetzt irgendwie Marshall sein. Noch eins weiter, ne? Hier. Ich bin wunderschön. Ich決ite für Slim Grant, die Marshall. Ich hab' dich Sascha nicht hier zu finden. Oh, Mr. Marshall war da letzte Woche. Ich denke, er war bis zum Beaver Hollow, suchen noch ein paar Untermerkosten. Er ist weg? Je bin sicher. Wenn er im Heldung schon hat, er hat, ihn noch was. Na lange lang nicht? Nope. Ah, okay. Krasse Typen. So, das Lager von dem. Hoffentlich ist das nicht zu weit, ne? Mal eben kurz gucken auf der Map. Haben wir schon eine Idee da drüben. Okay, das kriegen wir wohl hin. Schöne Lok. So, komm, lassen wir uns da kurz hinriden. Ja, I know. So, können wir eigentlich hier querfeld ein und da rauf, oder? Ne, das habe ich schon ein paar mal gemacht, das funktioniert nicht so gut. Komm, mach ich trotzdem. Ne, das finde ich wirklich nicht gut. Nehmen wir hier rauf, oder? Ah, geht so einigermaßen, geht so einigermaßen. Okay, hier durch, das geht aber. Voll durch die Bäume. Okay, mal gucken. Mal gucken. Alter, der kleinste Baum. Oh Gott, ey. Oh man. Pferdchen, komm, komm mal her. Junge. Ah, Pferdchen will nicht. Alter, ist so krass. Da werden wir mal ein bisschen abkürzt. Okay, wir bleiben auf dem Weg. Da drüben sitzt er. Da brennt schon das Feuer. So, wer ist denn der Slim Grant? Was soll das denn? Hau ab! Was soll das denn? So, wer ist der gute Marschall? Ach du, du bist das. Hahaha. Warum habe ich denn deine Kumpel hier festgebunden, mein Freund? Okay. Let's get you out of here. Yes. Indeed, son. So. Pferdi, komm mal her. Ah. So. Absolut. Gut. So, kommen wir hier runter. Ich weiß nicht, ob wir einfach querfeldeinen können. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Kommen wir da rauf. Okay, ich reite halt einfach mal den Weg lang. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ne, bringt natürlich nichts. Ich muss natürlich den Weg festlegen, der ist natürlich hier rüber. Ah gut, aber der Weg ist okay. Ja, du bist State Marschall. Alles easy. Ja. Ja. Ich stehe. 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 Du bist machbar auf dem Weg. Ich stehe. Ob's da bleibt nicht irgendwo am Baum hängen. So, dann gucken wir mal. Alter. Runter oder hier oben? Da hinten. Okay. Hi Leute. So. Wo wollen wir den noch mal absetzen hier? Yep. Oh, Musa kaputt. Das war jetzt kein Duell. Hm. Das ist es, das dann. Ich hab ihn zurück. Ich hab ihn in der Gott-Dann-Band. Und diese Dinge haben. Gott-Dann, du Gott-Dann, beide. Jetzt, calm dich. Wer weiß. Du solltest ihn 20 Jahre altes Jahren erinnert. Du bist ein Schmerz, wie du und du, Plato. Komm, drah. Warum? Ich hab drah, Gott-Dann. Nein. Ja! Was? 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 Nein, ich bin nicht. Ich bin froh. Ich bin frei. Ich kann endlich wieder zurück zu schreiben, Westerns, statt zu sein. Er war ziemlich wild. Und ich weiß ein paar wilde Leute. Er war sicherlich kompliziert. Ich bin froh, ich habe ihn. Nein. Und du hast ihn nicht. Er hat ihn. Er hat ihn. Nachdem er, in der Rückseite, von Slim Grant, fair und square. Das ist es. Der letzte von den Schäden. Ich glaube, mehr oder weniger. Es gibt noch mehr? Oh, es gibt immer Leute, die dich in die dritte, und die Geschichte wiederholen. Oh, hey! Woher sende ich das Geld? Ich sende es zu Tacitus Kilgore. Nein. Das ist nicht mein echtes Name. Wow, sehr nicer Wasserfall. Ja, cool. Dann haben wir die guten Revolverhelden ja weggeballert. Also, mehr beim nächsten Mal. Ciao!